hallo die letzte folge nämlich wie ihr wisst habe ich gemacht dass wir noch zweimal von der kohle weil er vor der letzte ziemlich viele fox gemacht hat zumal was gemerkt dann haben wir sie ja noch einfach dienstag diesen übelsten turbobild nerf gemacht hat aber in denen haben sie im zwischenhalt ist auch wenn gestern er aus irgendeinem grund noch nicht so richtig angefühlt haben im dings mit mehr bauern als jahrten so komisches klima bauen das deswegen haben auch epic wieder ein hotfix rausgehauen aber ja jetzt wissen normalerweise alles wieder gut sein hoffe ich mal es ist doch relativ nerviger eigentlich mit diesen sachen aber ja ich in der woche zwischen wenig level natürlich der stufe 2 70 ich bin relativ zufrieden wo ich bin ja von 50 wie 50 weiß gerade raus ist aber das erst danach wenn man das ist also nach spielen was eigentlich schon vor 23 noch zwei drei wochen eigentlich raus sollten kommen aber durch matchmaking probleme haben sie es auf später aufgehoben hat jetzt haben sie es endlich gefixt ich schreibe mich ob sie das so lange warum sie so lange gebraucht haben weil drei wochen so auch keine ahnung gleich weil mit ganzen drama da halt was das ding angeht heute die merken aber ja also als arsenal ist dann geben einfach eine waffe muss dann mit umbringen kommen etwas schlechtere war da man schon natürlich alles gegen der und da wird es halt immer schlechter und die zune ist relativ klein eigentlich eigentlich überhaupt doch vor mir hatte ich muss den sorgten aber stattdessen übelst laut weil ich in arena halt sehr viel spiel darf und so dachte das ist halt etwas leiser gemacht damit ihr mich besser hört so ich bin wahrscheinlich nicht erster bei mir wegen meiner verspätung hier ja auch weiß habe ich bin auch meine waffe gewechselt schade ich bin auch nicht so weiter zu meiner verteidigung spieler grad richtig ich kann ich mich nicht davon ich bin ja von der schlechten fernweg ja das glück geteilt ja ich glaube nicht dass diese runde gewinnen werde aktuell sind ich gut aus wirklich ok nice ich habe den Wurm ich habe den Wurm da geschlossen oh Abin nice ich habe schon eine heavy pump ok ok nice Ich bin richtig schlecht mit der Dings Alter Ich bin wirklich Ich bin einer der schlechtesten Dersatzspieler Nein Ich bin so schlecht mit der Dersatz Das ist nicht zu fassen Deswegen übe ich auch mit der relativ oft gerade eine kreative Ja komm, die zwei Tiefel nicht Der einer hat die Dings einfach Ja, ich kann es vergessen Und du hast die Heavy, du bist definitiv weit Kann ich bitte hinten Alter, ich kann nicht mit der Spiel Ich kann die nicht Das ist immer das Problem, ob ich stoße, wenn ich die Auseinahe spiele Ich kann die Dersatz einfach nicht Ja geil Ich bin gut gemacht Geht doch Oh Gott sei Dank Okay, nice Okay, nice Ich bin schon Fiber Sandorix Nein, deinem Nein na uli das nicht da wäre ich weiß habe ich habe jetzt gut auf jetzt die anderen sind natürlich auch jetzt attacken wo ist die frage sind die die gegneren die sind die alter da 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 ok nice ich habe von hinten angeschossen das mich ich weiß manchmal nicht mal von wo ich angeschossen wäre ich bin so weit hinten einfach ist natürlich ich habe einen下來 3-1 ich habe eine Leidoney Oh Gott Nein da, in der Leidoney ich habe ihn bekommen nice nicht seitdem wollte ich eigentlich erst als erst irgendwie mal abeinander und ich habe ich habe ihn fertig ist noch 20 waffen hier durchkommen ich bin gerade so weit hin damit die meisten mit der weniger er kommt natürlich ist dazu erwacht meine wochen zwischen 79 mehr als 100 hat es leckt so krass ist aber das eine schon richtig kommt manche verstehe ich diese doppel und vielleicht nicht andere machen wir übel sich ja nicht nur so wenig ich verstehe es nicht warum gehst du runter voilä geht doch ich bin noch immerhin der kosmos einer den nervigsten muss sagen hast du dich mal nicht so viel lang ok nice danke nur werd schon geschossen ok nice ok ja zwei punkten hinten das ist ein sehr intensives match gerade obwohl ich das mal gespielt habe war es nicht ich würde sagen ja bitte nicht schlägen und wechsel wenn er definitiv nur ein tor hat ist er sehr nice für mich, könnte ich dich umdrehen danke ich bin noch immer zurück hinten der ist mit der farmers unterwegs ja ich brauche gegner ne aber das ist gerade nicht so gut für mich was? hä? ja geil natürlich der letzte schuss der eigentlich connecten dann sollte er hat nicht connectet weil er mich vor ihm gebracht hat das macht das brechen war ja geht doch oh die wird witzig komm zeig dich ach du kleine feige also war ja perfekt was probierst du damit? was probierst du damit? man besser gehört worden ne? zwei punkten hinten noch immer ich brauche jemanden nahe kommt please kann ich bitte mal nicht dir geteilt werden? nice hab ihn ja komm was zum blick hast du denn bitte jetzt gerade okay der eine hängt bei der scope fest aber nicht gerade mehr lange gleich okay nice du egal egal okay ich wollte schon sagen wir müssen normalerweise mir gehen okay ich habe Platz 1 ja ich bin gleich auch mit einem anderen okay weil er ist das intensiv warum hat sich der leute jetzt schon aktiviert? das ist dich manchmal nicht okay ich bin zwei punkten hinten okay ich bin zwei punkten hinten okay ich bin zwei punkten hinten nice danke für die linie kinder linie und wo ja begibt mir doch sound wenn ich kein sound bekomme also ich bekomme natürlich sound von seiner waffe aber natürlich nicht dass er in meiner nähe ist so dagegen kann man ja nichts machen ich sperren sie einfach okay ja nein das mit letzten waffe mit der flinten ob die ist übelst schnell fertig weiß ich wenn man gut damit ist ey hör auf mich hier zu spawnen die ist so unfair ja andere spawnen dahinten wahrscheinlich schon dann übelst die glückwimmens spawnen dann manchmal irgendwas hinten hört auf mich zu teamen ach komm das war kein spaß ja ich werde es von dir an nie im leben werde ich es schaffen da ist es auch schon ey komm die haben mich auch so cross getargetet gefühlt ja wie lange ist die aufnahme wir sind bei 15 minuten ich kann schon davon etwas kürzfolge machen einfach weil vorne ist nicht gerade das beste deswegen ist ganz leise angehen ich weiß wirklich langsam wohl ja ich bin nicht gerade wirklich so halb verfordert in der zeit mehr dass sie kommt doch so wenige in meinem auftritt plan aber wenn euch fragt ja ich habe dieses kind geschaut gekauft der gestern im shop weil er noch heute auch im shop ist wenn euch irgendwann wenn ihr irgendwas ist im shop kauft aus dem epic games dort und in von den in games dort dann kauft das mit dem mit einem kurator gut ist egal welcher wenn ihr meinen wollt die musen geht nicht weil ich habe noch kein deswegen ist einfach irgendeinen seine creator konnte mit der halt etwas zurück bekommt aber dank fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten video tschüss tschüss tschüss